Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z. So, jetzt wollen wir doch mal weitermachen, denke ich mal, oder? Im Fight gegen Rekum. Rekum, der war echt schwach. Wow. Immer noch so chill. Du weißt doch, die Musik ist so epic, du kannst da nichts gegen machen. Oh Gott, die Musik ist wieder epic. Nein, 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 nein. Oho. Nein. Nein, verdammt, ich bin das eigentlich auch... Junge, Rekum, spür mein Gaelic, hau. Du weißt, was ich davon halte, oder? Ey, stopp mal. Nichts für Rekum, Geck. Hau rein. Ey, stopp. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen ernster werden. Okay, okay. Ich bin zwar etwas ausgepowert, aber... Ja, dafür kann ich nichts, so. Ja, komm schon. Ich wollte dich eigentlich in den Dragon Rush versetzen, aber ich weiß nicht, wie das mit Vegeta so einfach geht. Komische Sache. Egal. Wir haben Rekum einfach fertig gemacht und wir erhöhen einfach mal die Attacke. Wir bekommen einen super duper Passwort. Wir nutzen es aber nicht, weil wir... Epic Sam. So, jetzt, ähm... Nein, 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 übertreibt nicht. Also, ich im Kampf war eigentlich gar nicht mal so, 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 so mega schlecht. Also, ja. Okay, ich war zwar nicht so gut, aber... Es war nicht schlecht. No, ich war schlecht. Äh, Planet Namek. Es ist eine Wunderschöne Zeit, aber er hat gesagt, dass er noch nicht viel schlafen hat. So, etwas kommt. Ein enormes Wettbewerb. Es ist Freeza. Was? Dieser Planeten nicht hat Nights? Die Dragon Balls sind weg. Und Kakarot, auch. Ich werde es alles verletzen. Du denkst, du kannst mich auswählen? Du wirst nicht mit dem weggehen. Warte, ich habe noch ein weiteres Wiss zu machen. Perfekt. Dann kannst du mich für meine Immortität wünschen und bist schnell über das, Freezer ist gekommen. Er ist hier. Oh Mann. Da haben wir uns das eingebrocht. Wir müssen jetzt gegen Freezer kämpfen. Solange Samuco noch nicht ready ist. Oh Mann. Ich hoffe, das wird noch etwas... Naja. Gut. Don't expect that, really. So. Mal gucken, was wir... Ah, am Freezer so alles einrichten können. Moment. Also deinen billigen Auflatschlag, dann kannst du dir den Arsch schieben. Weißt du das, Freezer? Versuch mich einfach mal gleich in meinen... Oh, verdammt. Oh, verdammt. Stopp mal. Chill mal ein bisschen, Freezer. Hey, Moment, Moment. Moment, Moment. Moment, Moment. Du störst wieder die geile Musik, Freezer. Na, komm schon. Na, komm schon. Spür die geile Wand, die hinter dir ist. Ne, Moment. Na, warum bist du schon tot? Ey. Das war doch... Das war doch gerade so lustig mit dir. Ja, Leute, so ist es halt. Irgendwie möchte ich da nicht gegen mich kämpfen. Wir möchten irgendwie schnell sterben gehen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, äh. Moment. Wer das Lied gerade kannte, dass ich gerade versucht habe, also sozusagen, drauszuschließen, der macht einen Kommentar. Oh. We have to hurry before Freezer shows his true form. My true form? What a splendid idea. You still have time. Do it now. Please, Sendai. You have to help Vegeta get better. Na, 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 wie geht der? Das ist scheinend trügt. Du bist, ja, nur weil denn er dich ein bisschen, naja, ein bisschen gealter, bist du nicht unbedingt super, mega viel stärker. Key auf Null gesunken, Kämpfe ohne Key. Na, das, das einigen sich für Freezer anfangs noch am besten, er kann da nicht irgendwelchen Schwufficks mit treiben. Boah, Freezer, kannst du mal aufhören, irgendwas auszuweichen? Oh, cool. Na, komm schon, na, komm. Come on, Freezer. Du denkst, ah, warte mal, nein, links oben, nein, oh, verdammt, fail. Ja, gut. Stopp mal, ne Runde, Freezer. Jetzt gibt's ein Dragon Rush. So, wer, du drückst Dreieck, dann fizzle ich dich. Gut. Der fizzle wirst du schon mal nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Mit meinen blanken Fäusten. Spüre die X-Taste. Da er bestimmt jetzt nochmal X drückt. Kreisdrück, drück ich Vierck. Ja, Mann, Vierck, Vierck. Bam, bam. So, jetzt gibt's, ah, Puff's Maul, Freezer. Na, wie findest du das? Auch so geil, ne? Gibt's zu, Freezer. Ja, du enttäuscht mich so ein bisschen langsam, weißt du? Ich dachte, du wärst so King here of the Ring, aber irgendwie bist du nichts weiterer als totaler Bullshit. Echt, jammer, schade, Freezer. So, das, das, das wär alles soweit gewesen. Boah, ich find irgendwie, seitdem ich jetzt irgendwie mehrere Techniken benutze, also ein bisschen mehr Dreieck mit Vierck kombiniere und ein bisschen die Falltaste, mach ich viel bessere Moves, was mir jetzt also auch echt einen dicken Spielvorteil bietet. So, damit endet natürlich auch wieder die Saga. Ja, drücken auf Spiel speichern und natürlich geht es weiter, was denn sonst? So, jetzt beginnen natürlich wieder die Cell-Spiele und dieses Intro der Cell-Spiele, das haben wir natürlich auch schon mal gesehen, als wir mit Son Goku durchgespielt haben. Cyborgs mit grenzenlose Energie, enttäuscht mich nicht. Oh oh, böse Erinnerung. Androids sind praktisch invincible. Du wirklich glaubst, dass du eine Chance gegen sie haben? Huh, mehr als eine Chance. Juste, schau. Ha! Du bist in ein Super Saiyan. Aber wie? Ich dachte, du musst dich calm und pure heart. Du weißt, wie Goku. Ich glaube nicht, dass es mehr als eine Chance gibt, um das Ziel zu erreichen. In meinem Fall war es Rage, Frustration, Desire. Diese Gefühle verbringten mich, bis ich von ihnen verbringet wurde und ich transforme. Boom, du hast einen Skiller halten und es ist bestimmt nicht Super Saiyan. Oh mein Gott, es war Super Saiyan. Oh mein Gott, es war Super Saiyan. Oh mein Gott, es war Super Saiyan. Du hast einen Skiller halten. Oh, Knallertacke. Oh yeah, welcome to the Jesus. Big Bang Attack. Ich liebe diesen Spell. Sehr sogar. So. Dann checken wir doch mal einfach welche Dragon Balls. Hier hausen. Ja, hier hausen. So. Bleiben nur noch drei Dragon Balls übrig. Drei Dragon Balls. Ich bin mir fast sicher, dass hier noch ein Dragon Ball ist. Ich bin mir fast sicher. Ich will nicht denselben Fehler machen wie mit Zanguru. Dass mir auf einmal doch hier einer fehlt. What? Karins Turm? Und was will der denn? Du. Das ist also Karins Turm. Sieht gar nicht so toll aus. Hey, gib mir eine Sensorwohne. Ich habe heute keine. Es dauert eine Weile, bis sie wachsen. Mist. Nutzloser Idiot. Ich hoffe, dass die Bohnen fertig sind, wenn ich wiederkomme. Was für ein Ego ist. Goku benimmt sich manchmal auch derart daneben. Ich frage mich, ob das am Saiyan Blut liegt. Hm. Wir wissen es nicht, aber... Ich will ein Dragon Ball. Ohne gehe ich nicht nach Hause. Nach Hause. So, jetzt wo? Wüste. Was ist denn in der Wüste, bitte? Du, Vegeta. Tension Han. Hast du mir etwas zu sagen? Klar habe ich dir etwas zu sagen. Du hast uns auf dem Gewissen. Haben wir die Zeit drängt. Wir müssen weg. Ha. Also, das ist jetzt... Ähm, echt mal doof. Ich habe das Gefühl, hier gibt es echt nur einen Dragon Ball. In der Selsaga. Oh, wenn das so rumliegen dürfte, dann nehme ich es einfach mal. Ja, genau. So würde ich es auch machen. Besonders, wenn diese 8.000 einfach nur 8.000 Euro werden. Yay. Dann würde ich erstmal chillen in Ibiza machen. Wow. Gokus Haus. Gokus Haus? Echt? Wie geht der Flick zu Gokus Haus? Was zum... What happened to you? Leave me alone. Is Cackarot in the back? Haha. Ah, seine Herzkonditionen sind stabilisiert. Der Typ, der für den Zukunft kam, war richtig, Dave. Hör mir an, Kakarot. Wir haben uns ein Schiff, um zu erreichen. Als wir mit den Androiden haben, bist du nächst. Hast du das? Er kam all die Weile, um uns nur das zu erzählen? Ja, man weiß es nicht. Äh, Impfstoff, Virus, Herzerkrankung, heilen. Ich weiß nicht, wozu. Ich hab das Gefühl, das hilft mir in einem bestimmten Kampf. Aber bis jetzt bringt mir das nichts. So, irgendwas war hier aber noch. Ein Kampfpunkt. Mich interessiert mal grad ein bisschen blenden, was da am Kampfpunkt ist. Ach, Cybermänner. Oh, ihr werdet echt langweilig. Dann zeig mal, was du kannst, Cyberman. Zumindest bist du eine etwas flinkere Sorte. Mal gucken. Also, ich verwandle mich mal, okay? Haha, zack, verarscht. War doch voraussichtlich, oder nicht? Oder vorausslich, war ja gesagt. Oh, 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 oh. Tut mir das aber leid. So, also. Dass du mich einfach so irgendwo hinkriegst, finde ich überhaupt nicht gut. Deswegen, stirb! Okay, diese Cybermänner sind anscheinend jetzt irgendwie jetzt nicht so mega eine Herausforderung, sag ich mal. Aber immerhin, sie haben uns ein Level abgegeben. Dafür sollte man sie ja loben. Ganz ehrlich. Och, ne. Ich hab schon wieder Doppel-X gedrückt. Ich bin, oh, Mann. Done. Okay. Nein, nein. Stopp. Bleib weg. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh, mach einfach Boom. Tja, das, das, die wohl ein bisschen daneben. Wie er immer zuerst mich angreift. Nein. Wow. Bleib weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja. Und bitte bleib auch tot. Ich will nicht. Ich bin, ich hab Angst vor euch langsam. Wow. Und bin schon fast wieder Level up. Okay, okay. So ein bisschen bringt das schon. Aber, ähm. Nicht so, dass ich jetzt sagen würde. Oh, ja. Ich muss jetzt unbedingt welche töten. So, irgendwo hier müsste das jetzt sein. Ach, verdammt. Schon dran vorbei. Felsenberg. Oh, nein. Das ist jetzt die 17 und die 18. Oh, Gott. Die 18. Wobei, ich kann die nie unterscheiden, wer jetzt die 17 und die 18 ist, vom Namen her. Irgendwie verpeilig, dass jedes... Oh, ne. Nichts Powerblitz. Hier, Power, Galico. Da gibt's einen First-Attack-Bonus. Immerhin. Was wolltest du da grad machen? Nee, nix da. Auch geil. Gleichzeitig angreifen. Ey, stopp mal. So, das findest du jetzt auch geil, ne? Bam. Bam. Das gewinn ich, mein Junge. Das gewinn ich. Das sag ich dir also. So einfach lass ich mich hier nicht von dir unterkriegen mit dem Bullshit. So. Nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Ich hab mich... Ja, vertan. Verklickt. Oder sonst was. Äh, stopp mal jetzt. Ruhe. Ja, jetzt. Alter, wie viel... Der ist echt langsam gut in Ausweichen. Das ist echt unglaublich. Jetzt stirb einfach. Das war allzu gerecht. Da wollte er mich echt nicht an sich ranlassen. Das fand ich jetzt irgendwie nicht so cool. Aber gut. Wir haben den Kampf überstanden und sind bereit auch für den nächsten Kampf. Okay. Ich kann nicht sagen, ob ich überhaupt nichts zu tun habe, oder nicht. Ich bin überrascht. Du bist viel stärker, als Dr. Girauds Daten reportiert. Okay. Jetzt kommt C18, C18. Oder 17. C17. Da. Oh, scheiße. Vegeta wollte gerade sagen, ich bin so fair. Okay, okay. Ob wir jetzt den Zeitlimit überschreiten oder nicht. Diesen Kampf muss ich jetzt noch zu Ende führen. Zumindest, weil es geht. Stopp. Ich hab da was gegen. Wir kacken dreißen immer euch Porte, wenn ich das mache, ne? Nein! Fuck. C17 ist halt wieder so ein anderes Kaliber, würde ich mal sagen. Das kotzt halt übelst an mit der. Stopp, stopp, stopp. Jetzt bin ich erst mal in der Reihe. So, Moment. Jetzt muss ich endlich erst mal aufladen. Um mich ready zu machen. Okay, ich bin ready. Du auch? Ey, stopp. Ich bin für was anderes ready, meine ich. Jetzt. Ey, das ist doch unglaublich jetzt. Nein! Wow, wow. Nein. Ah, scheiße. Den Kampf war scheißig. Ist etwas doof gelaufen, muss ich zugeben. Wenn ich einfach nur noch gewinnen würde, das wäre einfach nur geil. Nein! Nein! Sehr schlechte Entscheidung. Nein, sehr schlecht. Scheiße, fuck. Nein. Ja, 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 ja. Boom, boom. Hau rein. So. So, 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 so. 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 Ich hoffe, du findest das richtig geil, C-17 jetzt. Oh, du teleportierst dich. Okay, du weißt auch. Auch gut, auch gut, auch gut. Wenn du dich nur teleportierst, ist das. Naja. Nein! 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 Ach, scheiße. Das war ja sowas von klar. Okay, Leute, eine kleine Pause.